Armand Meyer hat genau vor 30 Jahren seine Musiklater in Dürrlsen aufgemacht. Er hat sich spezialisiert in den Verkäufen von Pianos. Seit ein paar Monaten ist er nach Straussburg umgewandet. Wenn ich den Beruf entdeckt habe, war das am Anfang ein bisschen hart, weil es noch absolut kein Musikspiel gab. Aber du hast mich richtig drin gefunden und ich bin heute noch sehr zufrieden, wenn ich am 1. aufstehe, gewiss mit Präsid auf der Arbeit. Wenn er lange nur Piano verkauft hat, bietet er heute andere Musikinstrumente an. Früher habe ich natürlich nur Piano gemacht. Ich bin Klavierbäuer. 1988 habe ich den Arbeige aufgemacht in Straussburg. Da waren wir natürlich näher an den Musikern. Die Musiker sind natürlich nicht alle nur Pianisten. Es gibt andere Musiker. Da habe ich mich ein bisschen mehr aufgemacht. Was die Zukunft angeht, wird Armand mit seiner ganzen Mannschaft mit sehr viel Ungeduld die Reffnung von der City der Musik ganz in die Naht.